Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Orcs Must Die 2 mit dem Abkratzer Nilo, hallo. Ja, schönen guten Tag Kevin. Guten Tag. Willkommen zur zweiten Folge von Orcs Must Die 2. So. Genau, sag's noch mal Furchtdeutsch. Dankeschön. Ja, also falls ihr es nicht ganz verstanden habt, ne. Falls ihr es nicht ganz verstanden habt, dann seid ihr hier genau richtig. Hier, mal ein paar Stacheln. Mhm. Du weißt Bescheid, man. Stacheln im Po. Mhm, 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 mhm. Das Level finde ich nicht so geil. Oh, ich finde es gar nicht mehr so. Übrigens. Naja, ja, ne. Es geht. Geht. Es geht, also die kommen ja auf deiner Seite zuerst. Also oben auf der Karte seht ihr immer wo die kommen. Kommen wir auch gleich. Erstmal. Haha, erstmal hier. Hier kommst du mal langsam in die Gänge hier. Die Zeit ist gelb. Witz denn du. Naja, glaub nicht. Bubble nicht, Junge. Jetzt geht's. Jetzt geht's los. Komm, wir schießen. Oh, voll daneben geschossen. Ich forst. Alter, gehen die Pfeile weit. Ist das geil. Das war doch genau richtig immer. Mäh, 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 mäh. Ich lass mal kommen. Jungs, von hinten. Hier bin ich. Hehehe. Oh, Mutti. Ich treff nicht. Jetzt hab ich die Lautstärke. Ich glaube richtig. Hast du? Ja. Also ich hab so, dass man dich hört. Ich hoff. Ich hoff. Ich hoffe es. Wenn nicht, kann man ein bisschen tricksen in Premiere. Hehehe. Eine neue Spalte öffnet sich klingt auch ein bisschen pervers. Hehehe. 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 Ich brauch Geld. Hau ab. Ja. Die sind mir. Ich brauch Geld. Zack. Ich brauch Geld. Hau ab. Ja. Geh weg. Hehehe. Absolut. Hehehe. Absolut. Sagt er dann auch noch. Hehehe. Hehehe. Geil. Geiler Typ. Alter, nein. Was denn jetzt? Bist du runtergefallen? Nein. Hehehe. Ich brauch Geld, Mutti. Hau ab jetzt. Ich will hier. Guck mal hier. Der Affe. Guck mal hier. Der Affe. Das Schwein. Beim Junge. Sag mal. Ist es nicht eigentlich so, dass wenn du mit mir spielst, ja? Dass du nicht auch langsam Hochdeutsch lernst? Nee. Wenn du redest dann eher Sächsisch. Ich hab das... Genau. Das ist aber das Problem. Hehehe. Ich bin Hardliner. Hehehe. Das ist ja das Problem. Nein. Ja. Ich versuch mich für dich anzustrengen. Ist das okay? Ja. Ich hab schon... Ich hab schon Angst, dass die Leute einfach wegklicken am Anfang. Hahahaha. 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 Du Affe ey. Es war... Hahahaha. Bist du ein Ekelhaft. Sorry. Hahahaha. 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 Kevin das war ein Spaß. Ja ja. Du Ekelhaft ey. Hahahaha. Guck mal da laufen sie rein. Wir haben gar nicht aufgepasst, weil wir nur eine Seite gedeckt haben. Voll lachen. Hahahaha. Hahahaha. Ich lache auch gleich. Ja. Ach jetzt haben wir ein paar durchlaufen lassen. Echt? Sind welche durch ja? Ja sind welche durch. Nein. Ist ja nicht so wild. Oh yeah. Ich bin umwerfend. Bester Kampf Magier aller Zeiten. Ein Org für alle Fälle. Äh. So. Und wenn man nicht herspur gelegt. Oh ich hab ja noch Geld. Hast du? Geh weg. Rauscht doch. Hahahaha. Ne die Weichen kann man auch legen. Guck mal hier. Zack. Was kann man die? Die Weiche kannst du verstellen. Guck mal. Das ist gerade verlegen ist er. Meinetwegen. Meinetwegen. So komm fang an. Achso. Ja bei mir ist die Action. Wo lachst du denn hin? Du wirst ja mal irgendwas alleine hinkriegen. Ja am besten du setzt dich neben hin. Nein. Mann das ist ne Menge tot. Ich bin voll daneben geschossen. Utsch. Zack. kommst du klar da hinten oder was sie nach als ob ich hilfe braucht die fallen ja schon von alleine von von meinem anblick fallen die um das war jetzt auch kein gutes selbst kompliment warum ich habe ich habe einen brennenden kürbis auf dem kopf ich lasse alle hier ein dürfen aber ich nicht tja hier läuft ein äffchenbrot schon wieder tack bumm jungen was habe ich noch verfallen ist die perfekte welle wo ich habe einen feischraum hingestellt so gut die alle runtergeprügelt werden ja weil du kannst voll weit kannst du schon ausholen und drifts wer mit der pistole da kannst du wirklich hier 50 meter weg stehen ja fühlt sich gut an noch mal was großes in der hand zu haben wie meinst du das konntest du es mal erklären bitte nö dann vielleicht auch kinder die zugucken ja ich verstehe es nicht ist mir klar komm mal hin da hinten hab doch schon ich muss erstmal hier den tanz beenden mein freund dance aber hallo neun tanz kaufen kann eigentlich äh ne aber ich glaub noch andere äh äh anderes aussehen sind sie bereit herr unloved meck gleich könnten sie mal gas geben bitte ja gleich ja du bezahlst mich nur äh für 10 minuten freund ja 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 du hattest nur für 10 minuten geld mhm 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 das glaub ich nicht ja so hier gehen sie raus da gehen sie raus einer geht hoch einer geht runter wo bist du hin warte mal lass mal gucken ja was denn jetzt hoch oder runter warte doch mal ich muss gucken wo das jetzt hierher kommt alles ja die kommen alle von hier ne rechts und von links oben also entweder bist du hier oder bist du da oben eins von beiden ich warte doch mal ich muss erstmal die karte verstehen ok ich geh lieber hoch ich hab irgendwie angst dass es zu lange dauert also ich hab da gehts oder was haben wir Zeit du heilig ey zack zack ich bin fertig du ein Esel ey ich geh hier hoch wie du gehst hier hoch ah das ist das level ok bleib unten jetzt ja ja ist doch gut ja ich komm mit geh weg ja ich können sie mal langsam hier alter nun stresse doch nicht jetzt mach doch mal hin hallo mach doch mal hin hier ich hab doch gedrückt achso uah alter wo kommt denn der her ne der ist richtig bitter hier gell äh ja dieser werwolf oder was das hier ist ein drecksviech der wolfs kopf ja ein elendes drecksviech da muss man sich schon mal bisschen anstrengen auf jeden Fall ja wo was macht denn der der hüpft hier rum jetzt kommen sie von oben ab geht's ab geht's ab geht's lalalalala kommen die kommen die nur von hier ja ne erst in der nächsten runde kommen die ja ich glaube in der nächsten welle boah hast du das gesehen du schnickst ihn hoch und ich zieh äh in der luft zerreiß ich sie das alter jetzt hat er mich erwischt dann kannst du noch behalten der ist echt bitter was tut hey warum ich mama so jetzt kommen sie auch von unten und doppelt ich hab keine energie mehr hast du hier irgendwo was rumliegen nö zufällig gleich dann werde ich mal kurz sterben doch stoffen an dem Ort dann will ich nicht sterben da auch gleich da auch gleich oh oh das ist schon hier ein Totenkopf denk dran nicht nicht zusammenstellen naja da kommt ein Äffchen ja aber ähm warum lässt du die durch oh lass ich wen durch ja wie wie ja dann bleibt doch ruhig man 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 ah das wird interessant werden denkst du ja ich hab keine energie ich hab schon die ganze zeit nicht ich will nicht nicht jetzt hab ich wieder volle energie jetzt geht's ab ich nicht doch hab ich ja jetzt geht's recht rund hier jetzt geht'selling rund jetzt geht's recht rund jetzt geht's rund Jetzt fahren wir das ganze ding mal auf hier ja wend du das sagst natürlich na wenn du das sagst na wenn ich das sage na wenn ich das sage nein wenn ich das sage na wenn ich das sage So, kannst losgehen. Ja. Und dann drehe den Hahn auf, genau. Bei mir kommt der noch gar nicht. Ja. Ruhig Blut. Ey, du kannst die in der Luft zerteilen, gell? Echt? Ja. Wenn die so fliegen. Ui, ui, ui. Weg ist er. Oh, jetzt kommen sie unten. Aber hallo. Zack. Ui. Mann, Mann, Mann. Oh, diese scheiß Felsenteile, oder was das sind, gell? Oh, 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 oh. Au, oh? Ja, Wolf. Ja, der ist dir. Ich bin aber zu dir. Ja. Ich klau nur das Geld. Mhm, ist klar. Ich klau nur das Geld. Oh, hier. Bei dir? Wenn das Fett hier kommt. Dann kannst du behalten. Ja, die gehen alle down hier. Oh, wo kommt denn der? Oh. Ich werde denn da mich jetzt trocken. Spind der, oder was? Alter. Ja, ja, einer ist oben. Oh, ja. Ja, der ist ruhig. Egal. Also nochmal hinten besser absichern. Was, da ist ruhig? Einer ist ruhig, ja. Und eigentlich zwei durch. Aua, Aua, Aua. Hier kommt noch einer. Wo kommen die alle her? So. Mann, Mann, Mann. Oh nein. Verdrückt. So, stimmt's. Ja, ich... Ich denk mal hier ein bisschen was hin. Vielleicht bringt es ja was. Wo bist du? Quer weht wahrscheinlich. Ich bin unten, äh, unten, unten, unten. Okay. Unten, unten, unten. Und schieße ab und zu echt vorbei, ey. Das ist nervt, ey. Das... Mit einer Schrot vorbeischießen ist schon hart. Das ist mir vorhin aber auch schon aufgefallen. War es bei dir selber oder bei mir? Ne, äh, bei mir selber auch. Also... Ich wollte gerade sagen. Aber bei dir sowieso. Das ist mir natürlich vorhin bei dir auch aufgefallen. Ich musste das kurz korrigieren. Arschenkind. Äh, die Face-Proben. Nein. Haut doch ab. Fall da runter. Lappen. Aber hallo. So. 2500. Hast du? Ich hab 2, 3. Ratte. 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 Bei einer kannst du, der andere nicht, ne? Ähm. 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 Jaja. Okay. Das ist eigentlich nur das, äh... Das ist, äh... Bitte? Komm, sprich dich aus. Nein. Ja, dass die Ossis mehr Geld haben, ist eigentlich klar. Er kriegt ja, er kriegt ja genug Spenden von uns, äh, Wessis hier. Vor allen Dingen von uns. Ja. Als wenn wir den nicht bezahlen, die Spenden. Jetzt habt ihr endlich wieder... Du kriegst jetzt mal G eigentlich? Achso. Ja. Jetzt habt ihr endlich wieder, äh, tolle Straßen. Ja. Und so. Wir haben auch wirklich. Ja. Keine Ossi-Witze. Nein, bitte nicht. Ihr habt's eh schon schwer. Das ist so. Ich hab mir auch mal gesagt, äh, ich hab mir auch mal sagen lassen, also, äh, mich dürfen auch Ossis beleidigen, das ist, macht gar nichts. Nee? Nein, macht wirklich gar nichts. Wieso nicht? Ja, weil ihr es viel schwerer habt, wie ich. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das ist okay. Wie sagen wir es denn viel schwerer? Ja, mit dem Dialekt. Ich bin kein Ossi, ich bin ein Hässe. Ah. Wann hatten wir uns eigentlich noch für einiges gehört, dieses Ost-West-Thing ablassen? Ich hab keine Ahnung, es kam einfach... Es kam einfach so. Es geht aber schon, äh, schon eine Weile, gell? Ja, aber nicht in unseren Videos. Kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. Ach so. Ich meine, ich kann damit umgehen. Yay! Juhu! Traumhaft. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben. Bitte, bitte abonniert uns oben links und rechts. Ja. Oder zweimal links, ich weiß nicht, wo ich hinsetze. Oder unten, oben, Mitte, vorne, hinten. Ja, ja. Er steht irgendwo Andoft, Matt und Abwärtser. In der Videobeschreibung auf jeden Fall. Das ist richtig. Nö. Und, äh... Und, äh... Wir freuen uns natürlich auf die nächste Folge. Bis denne. In diesem Sinne, haut der Rinne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.